Eine Änderung letztlich der Eigentumsordnung, dafür ist auch viel Aufklärungsarbeit nötig, die wir bei den momentanen Besitzverhältnissen in unserer Presse und Medien und bei den momentanen Werbeflüssen und Anzeigenflüssen, die wir haben, nicht erwarten können. Zum Beispiel müsste der Begriff Anleger oder Investor, der heute ja überwiegend positiv besetzt wird, anders dargestellt werden. Man muss sagen, das ist ein Rentier, ein Profiteur, ein Spekulant, der Leistung erhält, ohne Gegenleistung, ohne Arbeit zu geben. Also ist auch eine Änderung dieser Wahrnehmung durchaus möglich. Man sieht das in Irland. Dort hat die Bevölkerung skandiert auf einer der vielen Protestkundgebungen. We are suffering, so the bondholders don't suffer. It's capitalism gone mad. Und lasst die Banken pleite gehen. Also wir, das Volk, die Bevölkerung leidet, damit die Bondhalter, also die Kapitalgeber, die Fremdkapitalgeber nicht leiden. Das ist doch verrückt gewordener Kapitalismus. Lass die Banken und auch die Großanleger pleite gehen. Also es gibt schon erste Stimmen in diese Richtung, dass das ein Unding ist, dass man die großen Kapitalien schont und mit Steuergeldern garantiert und finanziert und es zulasten der arbeitenden Bevölkerung, zulasten der Sozialhilfeempfänger, zulasten der Kindergärten und der ganzen öffentlichen Einrichtungen macht. Wenn wir diese Änderungen nicht durchführen, wenn wir keine vernünftige Lösung für dieses Ungleichverteilungsproblem finden, wenn wir diese Ungleichverteilung nicht reduzieren, es reicht nicht, sie auf dem heutigen Niveau zu lassen, wir müssen davon runterkommen, dann wird die kommende Krise ganz dramatisch werden. Dann wird sie unvernünftig in Chaos enden. Dann wird eine chaotische und schlimme Bereinigung kommen. Ein anderes Kapitel ist selbstverständlich die Medien. Man könnte dort eine Reduzierung oder eine Aufhebung der Werbung in den Medien versuchen durchzusetzen, wie es zum Beispiel Frankreich Sarkozy gemacht hat in den Startsendern bis 20 Uhr keine Werbung in den Startsendern. Man könnte dieses Werbeverbot deutlich ausweiten und auf alle Medien ausweiten, denn sonst werden wir nie bestimmte unangenehme Wahrheiten in unseren Medien erfahren können. Und man muss da auch andenken, eine Beschränkung des Privateigentums an Medien, dass große Medienimperien wie von Murdoch, die die Fox News in den USA und auch ganz massive Meinungsmache machen, mit dem Hintergrund Gewinn zu erwirtschaften, das ist ein Unding. Wenn man die bezahlt-fernsehenden, nein, die privatrechtlichen Sender in Deutschland ansieht, wer bestimmt, was unsere zwei- oder dreijährigen Kinder im Fernsehen ansehen, das bestimmen Gewinninteressen. Die haben kein Interesse daran, dass unsere Kinder gute Sendungen sehen, sondern sie haben Interesse daran, dass die Kinder möglichst lange vor dem Bildschirm hängen, dass sie möglichst viele Commercials reingedrückt bekommen, dass sie möglichst viel Werbung inhalieren, damit die Produkte abgesetzt werden. Dass wir privates Fernsehen in Deutschland zulassen, ist ein absolutes Unding und im Prinzip ein Verbrechen an unseren Kindern. Wir bräuchten darüber hinaus eine Änderung des Bildungswesens, ein freieres Schulsystem, weg vom Staatsschulsystem. Denn wir brauchen ein neues, sozialeres und ehrlicheres Denken und vor allem ein unegoistisches Denken. Und unser staatliches, dreigliedriges Schulsystem führt zu Konkurrenzdenken, zu Egoismus. Zum Beispiel beim Übertritt aufs Gymnasium ist ständig die Frage, wer ist besser, wer ist schlechter, schaffe ich es, den anderen zu überholen? Diese Einstellung bleibt bis zuletzt bis zum Abitur nach der zwölften oder dreizehnten Klasse. Die Kinder lernen in diesem staatlichen Schulsystem nicht mehr um des Interesses an einer Sache, sondern sie lernen nur noch für die Note. Dann werde ich dafür belohnt. Das ist, wie wenn man einem Äffchen immer Zucker hinhält und dann tut er was. Alles wirkliche originäre Lerninteresse an den Dingen wird zerstört in unseren Kindern ab der zweiten, dritten Klasse, wo das Schulnotensystem eingeführt wird. Unser Schulsystem ist desolat. Das Staatsschulsystem, das wir haben, ist ein Unding. Man könnte sich zum Beispiel an Schweden orientieren und ich denke auch an Holland, die das Staatsschulsystem abgeschafft haben. In diesem stark sozialistisch orientierten Schweden will auch heute angabegemäß keine mehr zurück zum Staatsschulsystem. Dort gibt es ein Schulgeld für alle Kinder von 10.000 bis 15.000 Euro und die Eltern können sich dann selbst die Schule auswählen, wo sie hingehen. Und zum Beispiel die bayerische Staatsregierung hat kürzlich erst wieder die Zuschüsse zu den privaten Schulen in Bayern gekürzt mit der Argumentation, dass die Staatsschulen billiger seien als die privaten Schulen. Das ist das Gegenteil der Wahrheit. Die privaten Schulen sind deutlich effizienter und billiger pro Kind. Es geht hier ausschließlich um ideologische Gründe, den Griff auf die Staatsschüler aufrechtzuerhalten und politische Meinungen bereits in die Kinderseelen und Herzen einzudrücken.